... in Hamsterfahrt. Bitte schön, Herr Kapell, weißt du. Wo kriegst du los, Kartoffeln? Möcht' ich heut' jeden fragen. Kartoffeln, Katafürschen, kann mir dat' keiner sagen. Ich lauf' herum und lauf' mir drum, die absetzt aber schief und grob. Nein, nein, ich scheu' in wirklich keinen Weg, doch wasch' jedes, in jeder Hand und Pfleg. Oh ja, mein Körbchen hier, dat' ist so leer, als wenn's ne Staatskasse von Deutschland wär. Der eine Händler sagt, mach' nix, Mann. Der zweite bietet mir nur Kröze an, der dritte garne Körbchen ist riesenschwer, wenn dann doch bloß ne Qualmappe. Wo kriegst du los, Kartoffeln? Nein, nein, es ist zum Heulen. Man schliss mich aus, noch Markthall raus, mein Dänz war voller Beulen. Da führ' ich mit der Bahn euch raus, zu Einbau aufs Land die Mörs. Der Sprachmacher Kartoffeln wollen sie. Was bieten sie denn, Gerd, will ich mit mir? Aus Schmuck und Wäsche wandert Hammer an, mir fährt ein Perser nun ein Firkesstall. Ich glaube, sprach' ich ihnen, fährt wohl bloß eine Antombombe hinten in die Hose. Vielleicht wünscht sie dann beim Kröpieren sehr, wenn dann doch bloß ne Qualmappe wär. An Kotlets rumsteht's, wie ich mal nix, die tu ich jetzt vermissen. Ein Panjebronel hängt wohl doch, das ist mein Leckerbissen. Das, die man fährt, das kann man sehen, weil ich so eingelaufen bin. Ja, ein Familienvater hat's voll schwer, denn technisch ruft mein Bein, was kochen wir. Ich bin zuhause ja nicht so ganz allein, mir sind ne ganze Haufe bei'n ein. Jahrzehntan hat der Storch uns schon bedacht, hat Jahr für Jahr ne Kleinigkeit getracht. Bald bringt er wieder irgendwas, oh, Malle, wenn dann doch bloß ne Qualmappe. Herrin Lner, ich bin ein D cadern. ich bin ein D・・ ein D